Hi ihr Lieben, dieses Wochenende sind mein Schatz und ich in Oldenburg liebe Freunde besuchen. Wir gehen jetzt gleich auf ein richtig wichtiges Spiel von Dominik, und zwar Aga Berlin gegen Oldenburg. Ich bin schon sehr gespannt, ihr könnt jetzt gleich mit mir Daumen drücken, ich nehme euch nämlich mit zum Spiel. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.